So, willkommen zurück zu Splinter Cell und ich... Deine Mutter ist jetzt gleich auch kaputt. Schön im Dunkel lassen wir den dann. Kann man das ausmachen? Ich muss mal ausschießen. Und den Generator zerstechen wir wieder. Ähm... Es labert der. Also nicht der Tote, sondern gut. Ein Loch. Ein blaues Loch. Ich mag... Das sag ich jetzt nicht. Das sag ich jetzt einfach nicht. Aha! Oha! Aha! Hier muss ich aber nicht durch. Ähm... Hallo? So sehe ich besser. So sehe ich nicht besser. Was ist das? Dann... Und wenn ich nicht treffe dann... Oder... Schlag. Er hat genug, wenn er aufhört zu reden. Reden... Ich speicher mal! Schreie. Okay. Madre de Dios, der hat doch schon seit einer Stunde kein Wort mehr herausbekommen. Vielleicht tut er ja nur so, als könnte er nicht mehr sprechen. Oh mein Gott, wie du... Ich kann mir das nicht anhören. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ah, fuck. Ja, der simuliert nur. Seine Zunge ist wie ein Klumpen Kohle. Sein Gehirn ist bestimmt... Halt die Klappe und gib mir mehr Saftzauen. Das Ding steht schon auf Maximum. Was? Soll ich noch eine Batterie holen? Na, was sagst du, mein Freund? Willst du noch eine Batterie? Eine schöne neue Batterie? Moment mal. Ist der etwa... Seine Ohren? Da kommt Rauch raus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, er ist tot. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich gehe mal eben raus. Oh Gott, hör auf. Tschüss. So, zurück. Bitte kack mich ab. Ich habe vorher einmal probiert und dann ist es abgekackt. Ich bitte kongeliert. Oh Gott, komm n seven. No! No! Untertitelung. BR 2018